Wann wird die Rente im Monat November 2023 gezahlt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, Sie wissen es, wir informieren Sie jeden Monat immer über die Zahlung der gesetzlichen Rente, wann diese fällig wird und wann diese vor allen Dingen ausgezahlt wird. Meine Damen und Herren, schauen wir uns einfach mal den Kalender für den Monat November 2023 an. Da ist der letzte Tag im Monat November, ein Donnerstag, der 30.11. Wir haben heute den 24.11. und hier ist der 30.11. Das heißt also, der 30.11. ist der letzte Tag im Monat November 2023. Und dann schauen wir uns doch mal einfach die gesetzliche Regelung dazu an, wann denn Rentenleistungen überhaupt fällig werden. Und da kennen Sie auch diese Regelung, haben Sie vielleicht schon mal was davon gehört, nachschüssige Zahlungen und vorschüssige Zahlungen der Rente. Und das schauen wir uns einfach mal im Paragraf 118 an, und zwar in der grundsätzlichen Regelung. Und in Paragraf 118, ich mache das mal für Sie ein bisschen größer, haben wir den Paragraf 118 Absatz 1. Da steht, laufende Geldleistungen mit Ausnahme des Übergangsgeldes werden am Ende des Monats fällig, zu dessen Beginn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Sie werden am letzten Bankarbeitstag dieses Monats ausgezahlt. Das heißt also, für alle diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die ihre Rente am Ende des Monats gezahlt bekommen, weil sie ihre Rentenleistung nach dem 1. oder weil die Rente nach dem 1.04.2004 begonnen hat, muss die Rente am letzten Bankarbeitstag des entsprechenden Monats der Fälligkeit ausgezahlt werden. Das ist der 30.11.2023. Das ist genau dieser Tag hier. Ja, Sie sehen das. Mit der Maus habe ich da draufgeklickt. So, das ist ja Paragraf 118, ist die Regelung für die nachschüssige Zahlung. Merken Sie sich das bitte einfach mal, oder Sie können sich ja dann auch immer mal unser Video anschauen. Und dann gibt es die Leute, die ihre Rentenleistung für den Monat Dezember schon Ende November gezahlt bekommen. Und das ist geregelt im Paragraf 272a SGB VI und zwar auch da im Absatz 1. da steht, Fälligkeit und Auszahlung laufender Geldleistungen bei Beginn vor dem 1.04.2004. Bei Beginn laufender Geldleistungen mit Ausnahme des Übergangsgesetzes vor dem 1.04.2004 werden diese zu Beginn des Monats fällig, zu dessen Beginn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Sie werden am letzten Bankarbeitstag des Monats ausgezahlt, der dem Monat der Fälligkeit vorausgeht. Also, das ist schon ein bisschen schwer verständliche Vorschrift. Ich mache mal ein Beispiel, wenn Sie also am 1.03.2023 begonnen hat, dann haben Sie Anspruch auf diese Rentenzahlung zum Beginn des 1.03.2003. Aber, das Geld ist immer am letzten Bankarbeitstag des Monats auszuzahlen, der dem Monat der Fälligkeit vorausgeht. Das heißt also, da der Beginn der Fälligkeit der 1.03.2003 wäre, muss das Geld am letzten Bankarbeitstag des vorhergehenden Monats gezahlt werden. Das heißt also, in unserem Fall hier dann wahrscheinlich der 28. oder der 29. Februar 2003. Ich weiß jetzt nicht, ob dieses Jahr ein Schaltjahr war. Das sehen Sie mir bitte nach. Das will ich jetzt auch nicht kontrollieren. Ich will Ihnen ja einfach nur erklären, wie hier die Fälligkeitsregelungen sind. Und genau so ist es. Das heißt also, wenn Ihre Rentenleistung vor dem 1.04.2004 begonnen hat, dann haben Sie immer Anspruch auf Zahlung der Rentenleistung für den vorschüssig, also vorschüssig, das heißt also für den nächsten Monat. Und zwar in diesem Monat, am Ende Monat November 2023, am 30.11. für den 1.12.2023. Das merken Sie sich bitte. Vorschüssige Zahlung ist immer geregelt im Paragraf 272a. Und deshalb ist die Rentenleistung für Sie auch am 30.11.2023 für den 1.12.2023 zu zahlen. Meine Damen und Herren, das soll es mal wieder gewesen sein zum Thema Rentenzahlung im Monat November 2023. Wir haben das ja für die Monate Oktober, September, August und so weiter auch schon getan. Und wir werden das sicherlich auch für den Dezember dann auch noch in einem gesonderten Video für Sie aufbereiten. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.